Es geht los! Ich bin verwirrt. Ich würde gerne anfangen mit Start the Deepfake. Genau, Spot the Deepfake. Das ist ein Tool von Fraunhofer, was ganz nice aussieht. Gut, machen wir mal das hier. Ich will wissen, ob das jetzt Fake oder Authentic ist. And of course, all he really wanted was a shilling. Entweder benutzt ein scheiß Mikro oder das ist Fake. Was meint ihr? Ist das Fake gewesen? And of course, all he really wanted was a shilling. Das ist dieses Knattern drin. Das sagt mir irgendwie, dass es Fake ist. Ihr sagt, das war Fake. Zwei sagen, es war echt. Fünfzehn sagen, es war Fake. Klingt noch Fake. Wrong! This audio is benign. Damn. You score a human. Ah, aber Deepfake Detection. Oh, die haben auch eine AI. Oh, wir spielen gegen die AI. Interessant. Die AI sagt auch, es ist falsch. Also es ist Fake gewesen. Spannend, der hat einfach nur ein schlechtes Mikro gehabt. Die AI ist doch nur neidisch. Ja, ich glaube auch. Indeed, it was magical. Okay. Guck mal. Indeed, it was magical. Das kleine Atmen am Ende. Indeed, it was magical. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Indeed, it was magical. Ja, okay. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig, das auf erhöhter Geschwindigkeit zu starten. Gut. Ihr sagt Fake. Wrong! Nein! Die AI hat uns geschlagen. Also ich hätte auch tatsächlich gesagt, dass es Fake ist. Die benutzen einfach alle so furchtbare Mikrofone, dass man es halt einfach nicht erkennen kann, ne? Gut. Das war... Oder der Cut war nicht sauber. Der Cut war einfach überhaupt nicht sauber. Die AI hat es erkannt. Tja. Gut. Machen wir weiter. Die benutzen alle halt so furchtbare Mikrofone, aber es ist halt leider normal, ne? Das ist halt nichts Besonderes, wenn Leute komplett schlechte Mikrofone benutzen. Die Betonung ist irgendwie sus. Oh. Ich verstehe, was du meinst. Schwierig. Also das... Oh, schwierig. Oh, wow. Richtig viele Leute sagen, dass es Fake ist. 20 zu 2. Ich hätte jetzt tatsächlich eher auf Authentic getippt in diesem Fall. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch gut Fake sein. Aber sie macht diese... Ähm... As the same is. Ja? Ja? Okay. Wrong. Wrong. Ha! Ich hatte recht. Es war richtig. Also es war Authentic. Es war... Nicht... Äh... Fake. Also das ist Fake. Ja, die sprechen wirklich alle AI-isch. Also, nochmal. Das ist eindeutig Fake. Da müssen wir nicht mal diskutieren. Das ist Max. Ne, da mach ich nicht mal ne Abstimmung. Also das war viel zu einfach. But he's still hung about. Das ist halt auch diese komische Vibration. Das ist auch Fake. Da muss ich... Da muss ich nicht mal abstimmen lassen. Das ist eindeutig. But he's still hung about. Ja, das ist dann wiederum off-scientic. Okay. Ich geh jetzt mal ein bisschen schneller durch, ja? Weil das war... Das war gerade sehr, sehr easy. These changes aroused orthodox Opposition and sometimes Government Intervention. Ne, eui, eigentlich auch nicht. I was just a kid. Oh, das ist zu kurz, Leute. I was just a kid. Das ist auch Fake. Wenn ihr mich fragt... Okay, ich glaub... Ich glaub, ich hab's raus. Also jetzt, wo wir das erste Fake gesehen haben, war das echt easy. Sehe, wir brauchen auch so ein bisschen Training wie eine AI. Wir müssen AI-Voices erkennen, indem wir AI-Voices... Kein Stress. Komplett Fake. Okay, come on. Ja gut, also jetzt einfach. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ja, einfach ein furchtbares Mikro und sie nuschelt. Aber ich glaub, es ist echt... Nein! Das war eine KI! Scheiße! Die hat mich gekriegt. Das war eine gute KI. Ich will wissen, was das war. Alter, es geht nicht mal eine Sekunde. Is that Titanic? Okay, dann mach ich jetzt eine Abstimmung. Ich hab keine Ahnung, ob das echt oder Fake ist. Echt oder Fake. Ich weiß nicht mal, was er sagen möchte. Is that... Was? Is that Titanic? Is that... Is that Titanic? Inside Titanic? Moment. Is that Titanic? Is that Titanic? Es ist viel zu kurz, um das wirklich eindeutig sagen zu können. 11 zu 8. Ich würde auch... Also, ich hätte jetzt auch gerade gedacht, dass es Fake ist. Jawohl. Ihr hättet recht. Ist doch Fake. Boah, die AI hat hier nicht wirklich Schwierigkeiten mit, ne? Bite the book in distress. Bite the book in distress. Die haben alle wirklich ganz schlimme Mikrofone. Klingt zu sanft für AI. Oh, faszinierender Ansatz. Bite the book in distress. Es ist furchtbar. Manche Menschen sind mit ihrer Audioqualität ganz, ganz niedrig. Wie damals Audio in Sachen Englisch. Ja, Englisch-Abi-Hörteil. Okay, Ergebnisse. Ihr sagt, das ist echt diesmal. Zu 14 zu 3. Authentic. Okay. Nee, es war... Es war eine AI. Die war gut. Die war gut. Es hat sich tatsächlich ziemlich echt angehört. Es war eine KI. This audio is fake. Krass. Die war gut. Ich würde gerne wissen, mit was für einer KI es erstellt wurde. Müssen wir mal hören. Bite the book in distress. Wow. Gar nicht so dieses Primo-artige, ne? And what is the use of a book, Alice? Ah, okay. Gut, da müssen wir nicht drüber reden. Ah! Die KI hat es nicht geschafft. Wir holen auf. Ich sag's euch. Wir holen auf. So, das war viel zu einfach. And of course, all he really wanted was a shilling. Ich würde sagen, das ist echt. Ja. Ha! Wir holen auf. Besser. So, nächster. Strong forces are lined up against us. Okay, das ist authentic, oder? Strong forces are lined up against us. Wow! Das ist richtig gut. Strong forces are lined up against us. Ich bin sehr beeindruckt davon. Aber die KI hat es auch nicht erkannt. Deepfake Detection AI ist auch sicher sogar, dass es echt ist. Okay, machen wir das nächste. Oh, den finde ich gut. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Fake oder echt. Ich weiß nicht, wie sie das erkennen. Wahrscheinlich nur zu so einem Deepfake Detection AI plus ihr Hirn. Also, ich meine, die Deepfake Detection AI war halt tatsächlich besser als wir. Bisher. Bisher. Sind es dann, however. Sind es dann, however. Bin ich gespannt, was ihr sagt. Results have been Paul. Ihr sagt, es ist echt. Aber nur 54%. Hui. War Fake. Also, das war auch wieder ein Deepfake. Ich hätte auch tatsächlich auf Deepfake getippt. Da war so ein... Hört mal auf die Mittelstelle hier. Hier irgendwo müsste dieses... Sein. Since then, however. Results have been Paul. Da ist so ein bisschen Dremor drin. The project has already secured the support of Sir Sean Connery. Also, das war wirklich super, super authentic. Er hat auch ein richtig krasses Mikrofon benutzt. Aber ich glaube, ich habe mich... Ich weiß nicht. Ich gebe es euch. Aber es hört sich für mich sehr echt an. Aber es könnte natürlich auch einfach so ein Bamboozle sein. The project has already secured the support of Sir Sean Connery. Ich würde persönlich schon tippen, dass es echt ist. Aber es kann auch eine sehr, sehr krasse KI sein, glaube ich. Dann würde mich wirklich interessieren, mit was sie das bauen. Wir haben halt sieben von 18 nicht erkannt bisher. Ihr sagt echt. Okay. Authentic. Correct. Verdammt. Correct. Shit. We have never been here before. Das ist echt, oder? Good. There's nothing I can say. There's nothing I can say. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht echt. Das ist so ein komischer Übergang. There's nothing I can say. Und wenn man häufiger drauf hört, dann wirkt es irgendwie nicht mehr fake. There's nothing I can say. There's nothing I can say. Kann auch sein, dass er wieder ein schlechtes Mikro hat. Diese Englisch-Hör-Tests könnte man wirklich mittlerweile einfach mit einer KI machen. Die haben nämlich alle immer so eine furchtbare Qualität gehabt. Fake. Okay. Ja, ich bin auch der Meinung, es ist fake. Ja, es ist echt. Das ist eben genau das, was ich meine. Wenn er so eine richtig schlechte Betonung hat, manche Stimmen haben diesen... Aber die KI hat es auch nicht erkannt. Also es ist echt gewesen. Nochmal ganz kurz. There's nothing I can say. Manche von den KIs haben sich echter angehört als das. Also mal wirklich jetzt. Das ist super, super schwer. She died in middle age. Middle age. Das ist, glaube ich, relativ direkt authentisch, oder? He has already suffered a good deal of unwanted attention. Das ist echt. He has already suffered a good deal of unwanted attention. Hey, sagst du? Okay, dann lass ich euch abstimmen. Ich weiß es nicht. Ergebnis. Ähm, ihr sagt echt. Okay. Ja, es ist echt. He has already suffered a good deal of unwanted attention. Es ist so ein bisschen Dialekt drin auch. Partly it is his own fault. Sie slurrt ein bisschen, aber ich glaube, es ist echt. Partly it is his own fault. Also ich glaube, das ist echt. Ja. Ja, ist echt nicht schlecht. This even tint was indeed broken up by streaks of yellow sandbrake in the lower land. Ja, die hat so einen krassen Dialekt, das muss echt sein. This even tint was indeed broken up by streaks of yellow sandbrake in the lower land. I couldn't see any reason not to die. Das ist ein Franzose, der versucht Englisch zu sprechen, das ist echt. Oh, we're strangely shaped. Ja, das ist fake. Na, äh, ja. Huh. In the meantime. The fans would settle for a better be win. Und das ist fake. Oder? In the meantime. The fans would settle for a better be win. Ich gebe euch das mal. Ihr sagt, oh, 100% fake. Wow. Das ist richtig. Ha! Ja, wir holen auf. Leute, wir holen auf. Das war sich unsicher. Sehr schön. Turkey must come to terms with the truth. Turkey must come to terms with the truth. Das ist echt, oder? Ich höre nichts, was sich irgendwie unecht anhört. Ihr seid krass. Turkey must come to terms with the truth. Das habe ich nicht gehört. Gar nicht. But most raw students who are accepted into medical schools are in medical debris. Da brauchst du, da brauchst du nicht lange überlegen. And the spyglass, which was by three or four hundred feet the tallest on the island. Entweder wahnsinnig schlechte Verbindung, oder es ist fake. We haven't come out of this very well. Das ist so ein komisches Klacken am Ende. Ich glaube, das ist echt fake. Okay. Ihr seid euch nicht ganz einig, merke ich. We haven't come out of this very well. Oh, 50-50. Also ich glaube, persönlich ist es echt. Aber es kann sein, dass es... Es war richtig. Okay, es ist echt gewesen. Aber es war sehr, sehr knapp. Schau mal hier. Die KI hat auch gesagt, acht. Also Wert von acht zugewiesen. Und der Threshold liegt bei zehn. Das heißt, alles was über zehn ist, sagt sie, ist fake. Alles was unter zehn ist, sagt sie, ist es echt. Glück gehabt. Ich glaube, das ist echt. Shit. Wow, da hab ich nichts gehört wieder mal. Ich war mir sogar sicher, dass das echt ist. Krass. Auch dieses Autotune-Soundbluten. Ich hör tatsächlich kein Autotune mit dem Ding. Warte mal. The change in Japanese attitude has some wider implications. Aber gerade bei Männern finde ich es schwierig, weil viele eben diesen Was haben der sowieso von Haus aus ein bisschen vibriert. Verstehst du, was ich meine? Das ist so diese Schwierigkeit, die ich habe. Weil ich meine, man hat ja in der männlichen Stimme sowieso durch diesen Bass einfach was Vibrierendes. Und ich glaube, deswegen fällt es mir da ein bisschen schwerer. Washington apparently got the word. Ich übergebe euch jetzt die männlichen Stimmen. Ich bin so schlecht darin. Es gibt keine KIs, die Menschen klingen, aber Menschen, die wie KIs klingen. Das ist doch echt ein gutes Argument. Vor allem, ich meine, wir achten jetzt gerade aktiv darauf, ob das ein Deepfake ist oder nicht. Wir denken bei jedem Sound-Schnipsel, und zwar nur für diesen Sound-Schnipsel, danach, ob es eine KI ist oder nicht. Und trotzdem haben wir 10 von 33 falsch. Das ist ein Drittel ungefähr. Ich meine, wenn wir nicht darauf achten würden, einfach ein YouTube-Video gucken, und das wirklich ein gutes ist, dann hast du ja keine Chance mehr. Oder am Telefon. Keine Chance. Ich muss das echt mal ausprobieren. Ah, ihr sagt, das ist fake. Washington apparently got the word. Ich glaube auch, dass es fake ist. Aber ja, okay, gut. Wow. Hier, hä? Der Score 10,053. Der Threshold ist bei 10,04. Klar, wenn wir drüber sind, ist es als Fake. Ja, das war dann aber echt knapp. Holy shit. The projections are very positive for South Africa. Ja, das ist echt. Oder? Nee, das ist schon echt. Der hat nicht mal einen Drehmau so drin. Können damit Synchronsprecher aussterben? Das ist eine gute Frage. Synchronsprecher, es sind ja nicht mal mehr Synchronsprecher. Man sagt, zumindest im asiatischen oder im japanischen Bereich sagt man schon, Synchron Actors dazu. Also wirklich Schauspieler, Synchronschauspieler. Weil die so viel Emotion dann auch mit ihrer Stimme mitbringen müssen und nicht einfach nur vorlesen. Und das ist echt. So. The projections are up. Ja, next. It is up to them. Was für... It is up to them. It is up to them. Nee? The fishermen are inactive, tired and disappointed. Ja, nee. Strong force is aligned up against us. Das kann auch echt sein, wenn jemand da richtig viel Bock hat, ey. What she was. Was? What she was. Tricky must come to terms with the truth. Streamort auch ein bisschen. 12.000, Professor Ernax. Ja, gut, komm. Ah, wir haben aufgeholt! Almost all students who are accepted into medical schools obtain a medical degree. There were great stables. Ja, komm. I never have any confidence in it afterwards. Das ist wie ein spannender Fall. Mach nochmal. I never have any confidence in it afterwards. Okay, das lasse ich euch mal wieder. Weil da bin ich schon wieder unsicher. Ich finde das bei sehr kurzen... Ja, genau, richtig. Also ich glaube, das ist halt genau das Problem. Je kürzer das Schnipsel ist, desto schwieriger ist es. I never have any confidence in it afterwards. So, ihr sagt, das ist echt. Oh, das war echt. Cool, nice. King over all creeping, crawling, flying things of Judge Maller's place. Wir haben sie geschlagen. Wir sind besser als die KI. We are now facing a peculiar situation, really. Ja, das ist weg. We are now facing a peculiar situation, really. Geeta will stop remaining an empty Poi. Ja, das ist das Wurzeln. The precious heritage we have. Das ist auch fake. Okay, das gebe ich euch wieder. Manchmal klickt ein nicht richtig eingestecktes Mikro auch wie ein Roboter. Stimmt, ist wirklich so. Also ich glaube persönlich, ich sage euch gleich, was ich glaube. Ich glaube persönlich, dass es fake ist. Ihr glaubt auch, dass es fake ist. Interessant. Es ist fake. Sehr schön. Wegen... Ah, aber guck mal, wie nah dran wieder, ne? Hört mal genau hin. Da ist so ein Tremor wieder dabei. People ride them for fun. Genau. Dieser... Ja... Das ist echt... Oh! Mann! Das ist so fies! Ne, ah, ah. Doch falsch gelabelt. Selbst wenn ich es weiß, erkenne ich es nicht. Hey! Eine Sekunde. Faxi, Alter, dieser Kater. Kater hat leider gelernt, Türen zu öffnen. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist krass. Das ist richtig krass. Spiel das übers Telefon. Ne, du hast wirklich nicht... Überlegt euch mal, wenn jemand euch anruft. Da ist doch die Qualität schon so schlecht. Ich meine, dann scalst du das ja richtig runter. Keine Chance. Beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist doch auch echt, oder? Ich zweifle mittlerweile an mir. Ah, ist 51. Müssen wir nicht mehr machen. Müssen wir nicht mehr machen. Wir haben die AI geschlagen mit 40 zu 39. Und wir haben... Ähm... Wir haben 4 Fünftel. Also 80% haben wir erkannt. 80% ist nicht viel. Ah, ich sag, das hier ist echt. Huh. Ja. Er ist nochmal besser geworden. Ein bisschen. Wer das mal seinen Eltern oder seinen Großeltern vorspielen möchte, das ist der Link. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. 80% haben wir hier hingekriegt im Stream. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, würden wir vielleicht 85, 90% schaffen. Eins noch? Oh ja. Eins müssen wir noch richtig machen. Sturmfuß ist allein der Beginnstest. Scheiße. Das ist fake, oder? Ja. 42. So. Jetzt können wir aufhören. Oh, wir sind sogar nochmal eins besser geworden als die KI. Wunderschön. GG. Das war... Das ist richtig schwer zu erkennen. Hey. Holy shit. Okay. Also... Ich bin auf eure Ergebnisse gespannt. Schreibt mir ganz gerne mal irgendwie auf Instagram oder sowas. Ähm... Und sagt mir, wie viel Prozent ihr richtig gemacht habt. Beziehungsweise eure Familie richtig gemacht hat. Hat... Ich werde es vielleicht von meiner Mom zeigen. Die sehe ich morgen. Beeindruckend. Ich werde es vielleicht von mir vor. Y'. Wasb.